GAMESATION und heute machen wir den Resident Evil 4 weiter! Ja, wir sind jetzt bei der 7. Mission. Oder? Nicht? Ja, ich hab recht. Und im letzten Mods habe ich ja euch gemeint. Ich habe ja euch meine ganzen Playstation 3 Spiele euch gesagt. Ja, und ich habe euch alle gesagt, ich habe ja das letzte Spiel habe ich vergessen zu sagen, weil ich es nicht wusste. Es war Assassin's Creed 3. Und ich habe mir noch ein neues Spiel bestellt. Das war Kraft-Nutim Bonometer 3. Und das werden wir noch mal später. Let's play, aber nicht jetzt. Erst beginnen wir mal. Welcome. So. Hier werden die Sachen. Erst was schönes kaufen. Erst mal einkaufen. Okay. Erst mal. Munition. Wir haben keine Munition. Das ist klar. Gleich mal. Shotgun-Munition. Ich habe reife Mittel. Und ein grün Kraut. Mehr. Ich brauche Kanne an. Weil ich den brauchen werde bestimmt. Weil die kenne ich mich schon nicht sehr, sehr schwer. So könnte ich wieder durchlesen. Ja, bla bla bla. Bevor, so. Ich weiß nicht, was wir hier sind. Wer für solche ekligen, hässlichen Typen. Headshot. Oh Gott. So. Das ist mal. Das haben wir jetzt mal gesichert. Nichts. Hätte ich nicht gedacht. Ashley. Bleib da. Komm ich schon mal an. Seh ich schon nicht? Was? 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 Wie war das denn? Leicht halb. Schmerzude! Das significant ist aber lustig. Auch gefragt wird irgendjemand deliveries. Da ist durchrechte Ein Cristo bei Sex und Doge. Wie wäre es passiert? Auch nicht anderes konkret. Dann kommt's entrepreneurs. Sie hat mir dasSome-Majust. gesichert ja gesichert ich muss mich gerade konzentrieren ist aber hier ganz leise und immer sofort stürmt kann man sterben oder was? wow okay erstmal dann ähm zehnmal kann man noch einschleben? kann man sterben oder was? ja nichts und Dokument oder was auch immer 1100 besäten jetzt kommt der Schläbe von stürzt wow oh mein Gott okay nicht sterben bleiben ok auf jeden fall dann der kassel einen kollegen getötet was 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 Nein, verdammt. Das ist so knapp. Noch mal. So, ich nehme nochmal das hier. Lüren. Lüren, mein. Ich habe noch einen roten Kopf. Wo ist noch einer? Oh. Nein, bitte nicht. Ja, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ja, ja, ich komme! Das ist los, du Arsch. Nein, nein, böse, böse. Nein. Gute. Wichtig, kombinieren, kombinieren, und schützeln. Jetzt hat mir endlich unsere Maske voll Boah, hört nicht. Okay, und ich glaub wir haben so fast geschehen. Komm jetzt mit Komm mit, ich geh jetzt mal raus. Nein, ich geh vorher raus. Okay Ach komm, bitte erschöpere, Alter. Ich will nicht wieder sterben Ich hab ja genügend Zeit, ja. Abwachen und Munition Blenden, hat sehr geil Gelatschen Gelatschen doch Okay Er hat angeblich was zu tun, aber sie macht gerade nichts Meine Sniper erstmal rausnehmen und darauf schießen Sonst war es 9 Lässlich bis 0 Glanz Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Nein, 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 nein. Schaut 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 Oh, ich bin hier noch so leid, geh weg, geh weg. Oh mein Gott, wie schwer das ist! Geh weg! Ich will nie was sehen! Es ist nicht kühl! Die Arme wohl nicht so blau! Nein, nicht so der Schnee! Geh weg von der Schnee! Ich komm schon der Schnee, ich komm schon da! Ja, 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 ich komme! Och, dann hätten wir auch nicht ein bisschen was geschafft wollen! Nein, jetzt bleibe ich doch immer in die Hunde! Die Hunde! Oh Gott! Geschafft! Ja! Durchlesen! Ich hab nicht mehr viel Zeit! Doch, ich hab noch Zeit! Okay, durchlesen! Boah, bin ich ganz klar nicht durstig geworden, dass ich was trinken! Okay, ja, mhm, yeah, yes! Mal gucken, was für ein Rang wir haben, oder ich? So, mhm, ja, interessant! Rang B, ja, besser als C! Okay, 76! Oh, erzählt haben wir 77! Also haben wir 77 Gegner getötet! Was ich nicht glaube, aber... Doch! Hm, oder was auch immer! Oh, nee, jetzt kommen wir zum achten... Achter Story! Und er... Interessant nicht gerade! The Blind Weapon! Oh, Weapon! Also das ist so ein Typ hier! Der ist eingeschossen, nein, in diesem Gefängnis da! Und wenn ich bis dahin komme, der bricht er aus! Aber das Gute ist, er ist blind! Also er hört nur euch! Also wenn ihr geht oder rennt, dann folgt er euch! Er hört euch, wohin ihr geht! Aber wenn ihr stehen bleibt, dann guckt er so! Und dann ja, bleibt er so! Weil er nicht weiß, wo ihr seid! Das ist das Schwierige! Und wir haben Mercenary 10 freigeschaltet! Nein, ey! Schon wieder verwechselt! Gut! Es dauert noch ein bisschen! Sehr lange noch! Aber soll nicht so lange dauern! Geht zurück! Okay! Und Timo beendet den Part! Dann sehen wir uns das nächste Mal, Leute! Tschüss!